Rochanara, eine zukünftige Lehrerin. Rochanara ist 27 und hat ihr Ziel klar vor Augen. Ich möchte Lehrerin werden. Ich möchte anderen helfen, ihre Zukunft zu verändern, so wie ich meine eigene Zukunft verändert habe. Sie war acht, als sie schwer krank wurde. Plan kam ihr zur Hilfe. Meine Familie und ich werden diese Zeit nie vergessen. Wir sind Plan für die Unterstützung sehr dankbar. Heute arbeitet Rochanara als Ehrenamtliche für Plan. Ausgestattet mit Wissen über Kinderrechte und Kinderheirat informiert sie nun andere Mädchen und Frauen über ihre Rechte und die negativen Folgen einer frühen Heirat. Als Patenkind wurde Rochanara gebeten, Briefe an ihren Paten zu schreiben, was sie gerne tat. Jetzt hilft sie Patenkindern in ihrer Gemeinde, Briefe an ihre Patinnen und Paten zu schreiben. Ich mag diese Arbeit. Ich habe durch das Lesen der Briefe von den Paten so viele Dinge gelernt und ich liebe es, das Erstaunen in den Gesichtern der Patenkinder zu sehen, denen ich die Briefe vorlese, erzählt sie.